Durchschnittsrenten im Jahr 2022 sind Armutsrenten. Durchschnittszahlbetrag zum 1.7.2021 ist erschreckend niedrig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Rentenversicherungsbericht 2022 der Bundesregierung, federführend erstellt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, offenbart hier nichts Gutes. Sondern erschreckende Zahlen, was die Durchschnittswerte der Renten im Jahr 2021 betrifft. Die Zahlbeträge von Altersrenten und EM-Renten im Durchschnitt sind, so sehe ich das zumindest, erschreckend niedrig. Und aus unserer Sicht Anlass zu größter Sorge. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten Renten unterhalb oder im Armutsbereich und sind deshalb auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen. Finde ich also eine grauenvolle Situation. Im Jahr 2019 betrug der durchschnittliche Zahlbetrag für eine EM-Rente, Mann und Frau hier gleichsam erfasst, 829 Euro netto. Zum 1.7.2021 waren es dann schon 870 Euro netto EM-Rente. Bei den Altersrenten kommt der Rentenbericht im Jahr 2019 auf einen Zahlbetrag von 952 Euro monatlich und ab dem 1.7.2021 sind es 990 Euro im Durchschnitt Netto-Auszahlungsbetrag einer Altersrente. Hier auch Mann und Frau wieder in den Zahlbeträgen zusammengefasst. Aber ganz gravierend ist, wenn man sich dann im Einzelfall die Frauen zum Beispiel anschaut, dass die Frauen deutlich weniger an Rentenleistungen erhalten als Männer. Auch wenn nach den ersten Prognosen der Bundesregierung der Rentenwert West ab dem 1.7.2023 von 36,02 Euro auf 37,29 Euro und im Osten von 35,52 Euro auf 37,03 Euro steigen soll, spiegeln die Durchschnittsrenten eines wieder. Aber viele Rentnerinnen und Rentner, und das dürften nicht wenige sein, vielleicht sogar mehrere Millionen, sind entweder arm oder armutsgefährdet. Die gesetzlichen Rentenleistungen, selbst mit Grundrentenzuschlag, reichen bei weitem nicht aus, um eine auskömmliche Rente ohne Armut in Deutschland zu haben und damit auch ein Leben zu haben, was sozusagen in Würde auch fortgeführt oder durchgeführt werden kann. Leider ein Problem, was die jeweiligen Bundesregierungen bis heute nicht wirklich behoben haben. Wir hoffen, dass sich beim Thema Altersarmut bald was ändern wird. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.